Im letzten Video haben wir uns daran beschäftigt, wie man die allgemeine Potenz x hoch n ableitet und dabei herausgefunden, dass n mal x hoch n minus 1 rauskommt. Und im heutigen Video soll es darum gehen, was passiert, wenn man jetzt diesen Funktionen vorne dran noch einen weiteren Faktor a gibt. De facto werden wir uns sogar anschauen, was ist selbst wenn man irgendwelche Funktionen mal a nimmt und was da jetzt als Ableitung rauskommt. Wir beginnen wieder mit unserem a mal irgendwas, also irgendeine Funktion a mal g hoch von x und jetzt stellen wir unsere pure Definition auf. Die Ableitung ist der Limes des Differentialquotienten f von x minus f von x plus h durch h und ganz wichtig hier, wir müssen nicht mal da eine Potenz drin haben, also es könnte irgendeine Funktion sein und jetzt ist unser f von x irgend so ein a mal g von x, das heißt wir setzen f von x durch a mal g von x minus a mal g von x plus h. Für das f von x plus h ist a mal g von x plus h. Das können wir jetzt noch ein bisschen weiter vereinfachen, indem wir das a ausklammern von dem Bruch oben im Zähler. Dann können wir es ja, da es bei beiden Subtrahent und Minuent, dass es bei beiden dabei ist, können wir es ausklammern. Und da dieses a jetzt von h gegen 0 nicht beeinflusst wird, weil es hat ja mit h nichts zu tun, können wir es sogar vor den Limes ziehen. Und da fällt uns auf, hinten das ist eigentlich die Definition des Ableitungsdifferentialquotienten von g von x. Also ist a mal g' von x die Lösung. Wir merken uns also, wenn f von x die Gestalt hat a mal g von x, dann ist die Ableitung davon a mal g' von x. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an, weil sonst ist es ja nur pure Theorie. Das heißt, wenn ich f von x gleich 7 mal x hoch 4 habe, dann ist die Ableitung, dass ich das a, also in dem Fall 7 vorne stehen lasse, und hinten leite ich ab, wie wir das bisher kennen, also 4 mal x hoch 4 minus 1 wäre also in dem Fall 7 mal 4 x hoch 3 oder in letzter Konsequenz 7 mal 4 28 x hoch 3. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ja, lasst doch ein Like oder Abo da. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir jetzt aus diesen Termen ganze Polynome zusammenbasteln. Also die Summenregel konkret werden wir uns da anschauen. Also auch so eine Fragestellung, wie wenn f von x etwas Komplexierteres wird wie 7x hoch 5 minus 3x² plus 7, was ist denn dann da die Ableitung? All das seht ihr im nächsten Video, bis dahin viel Erfolg, alles Gute und bleibt gesund.